Ja, kannst du halt nie bespielen auch, ey. Ich hab damals, also ich hab lange kein Erst-Foot mehr gespielt. Das heißt, was ich mir mal aufgeschrieben hatte, oder was ich mir mal aufgeschrieben hatte, ist einmal 125-4, das hatte ich. Und hab 67-0. Damals war das auch noch leichter. Das war der Crankboy-Aufschluss in mir. Oh, mein Gott. Crankboy, ich hab damals auch schon nie bespielen. Jein, wie gesagt, ich hab das halt nie gespielt in letzter Zeit mehr. Aber so viel einfacher, glaub ich. Okay.